Das wohlhabende Ehepaar Wolfgang und Susanne Nörgel genießt seinen freien Sonntagnachmittag zu Hause. In Weihnachtsstimmung sind die beiden Mitte 60er noch nicht. Susanne und ich halten von dem ganzen Jesus-Gekram und Weihnachten nichts. Wir halten das doch für ziemlich unlogisch. Wie sieht es generell mit Ihrem Glauben aus? Das einzige, woran ich glaube, ist, dass ich zu viel Kirchensteuer zahle. Gerade als Wolfgang Nörgel sich für seinen Schönheitsschlaf vorbereiten wollte, klingelt es unerwartet an der Haustür. Ähm... Das wird meine Louis Vuitton-Tasche sein, die ich aus New York bestellt habe. Nein, Susanne, heute ist Sonntag. Ich habe dem Postboten gestern 500 Euro in die Hand gedrückt, damit er mir das Paket heute rumbringt. Du hast... Der Knecht hat sich gefreut, wie ein Hund, der ein Leckerli bekommt. Naja, war ja sicherlich auch das Doppelte seines Monatsgehaltes. Bleib sitzen, Susanne. Ich werde das Paket für dich entgegennehmen. Sag, er bekommt 10 Euro von uns, wenn er das Postlied von den Schlümpfen für uns singt. Bitte. Frohe die Nachricht, ein Kind ist geboren, der... Susanne! Ja, Schnurzipups? Vor der Tür steht ein Herr, der behauptet, ein Kind sei geboren. Um Gottes Willen, nein. Deswegen stinkt es ja auch seit Tagen so in der Nachbarschaft. Frag ihn, wo das Kind geboren wurde. Ähm... Können Sie mir sagen, wo das Kind geboren wurde? Äh... In Bethlehem, Eastern. Der Herr behauptet in Bethlehem. Bethlehem? Ist das nicht da, wo die Menschen immer billige Sandalen tragen und Gewänder, die offenkundig secondhand sind? In der Tat, Susanne. Aber warum erzählt er uns das? Er will unsere Luxus-Klamotten und sie nach Bethlehem spenden. Meinst du? Natürlich, Wolfgang. Wir wollen nichts spenden. Bitte gehen Sie und lassen Sie uns in Ruhe. Ich... Ich komme von der evangelischen Kirche. Wissen Sie, was ich an Kirchensteuer zahle? Nein. Gar nichts. Ich bin nämlich schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. Im Namen des Herrn möchte... Bitte, Wolfgang, mach doch die Tür zu. Ich rieche das stinkende Kind bis hier. Ja. Nachdem Wolfgang und Susanne den Pastor der evangelischen Kirche abgewimmelt haben, klingelt es nur wenige Minuten später erneut an der Tür. Jetzt reicht es, Wolfgang. Ich gehe. Susanne, bitte nicht wie letztens, als der Tierschutzverein bei uns geklingelt hat. Jeder hätte sich über die Gefrorene ganz gefreut. Nur der Tierschutzverein muss direkt wieder losheulen. Susanne, ganz ruhig. Also, was... Oh, du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Äh... Wir wünschen eine gesegnete Weihnacht. Nein. Nein? Nein. Nein. Wir sammeln für unseren kranken Hund. Er muss operiert werden. Ich nix deutsch. Ich nix verstehen. Susanne, wer ist das? Wolfgang, halt deine Fresse. Ich verarsch die Kinder gerade. Uns zählen nur noch 10 Euro. Dann haben wir das Geld für die OP zusammen. Nun, wir haben doch selber kein Geld. Außerdem haben wir unsere eingefrorene Gans schon an den Tierschutzverein gespendet. Nur 10 Euro, bitte. Nun, hör doch auf zu betteln, du jämmerliches Kind. Wofür wird sterben? Das ist die Natur, der ewige Kreislauf. Guckt euch mal König der Löwen an, da wird das alles sehr eindrucksvoll demonstriert. Sie sind voll gemein. Und ihr seid ungeimpfte Pandemietreiber. Genau, Pandemietreiber seid ihr. Unglaublich. Ja, ja genau, geht ruhig. Geht und kommt nicht wieder. Die 10 Euro hätte ich übrigens gehabt, aber ich brauche sie für etwas deutlich Wichtigeres als für euren blöden Wuffi. Frau Nörgel, wofür brauchen Sie die 10 Euro? Was ist wichtiger als jetzt... Naja, nachher kommt doch noch... Ich bin euer Postmann. Verstell deine Stimme wie ein Schlumpf. Los. Ich bin euer Postmann. Tanz, du Knecht. Tanz. Nein, das mache ich nicht. Ich bin euer Postmann. Ich bin euer Postmann-Schlumpf. Ich stehe morgens früh auf und bringe euch Briefe nach Haus. Hier ist das Postschlumpfen-Lied. Klingt alle mit.